Die Relegation zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV. Aber ne, da haben sie uns das falsche Skript geschickt. Das kommt erst in zweieinhalb Monaten. Das kommt von ganz oben aber immer. Musst ihr wissen, wir kriegen alles immer von ganz oben mitgeteilt, was in der Bundesliga passieren wird. Und was natürlich jetzt ganz, ganz offensichtlich vollkommen klar ist, der HSV und der 1. FC Köln werden sich duellieren um den letzten verbliebenen Platz in der Bundesliga 2024-25. Denn Steffen Baumgart, ehemals Trainer der Geißböcke, der ja auch durchaus ein Gesicht des FC gewesen ist in dieser Zeit, ist neuer Trainer des Hamburger Sportvereins und folgt dort auf Tim Walter. Ja, bis jetzt die Information zum Vertrag noch nicht 100% sicher. Die Rede ist von 2025. Macht Sinn. Das haben wir ja schon feststellen können. Das ist so die Mindestlaufzeit, die man aktuell rausgibt. Und mit Steffen Baumgart holt man natürlich einen Trainer rein, der jetzt auf Tim Walter folgt. Und der explizite Aufstiegserfahrung hat. Aber trotzdem, wir sind uns einig. Relegation Köln-HSV muss jetzt passieren. Das passt einfach zu sehr in die Geschichte auch vom HSV und von Köln. Komplett. Und es wäre ja auch krass. Wir bleiben ja beide, glaube ich, Gegner der Relegation. Aber rein vom Storytelling her, vom Narrativ her, wenn Baumgart jetzt mit seinem neuen Verein auf den FC trifft in der Konstellation, wäre das schon einfach eine richtig, richtig krasse Dynamik, die da reinkommen würde. Genau, Vertrag bis 2025 macht total Sinn auch. Alles darüber hinaus wäre, glaube ich, zu viel. Aber da gibt es natürlich auch Steffen Baumgart keinen Vertrag bis Saisonende, weil ja klar ist, im Idealfall schafft er es jetzt noch, schafft er noch innerhalb der verbleibenden Saison die Kurve und steigt direkt auch mit dem HSV. Ansonsten soll er das kommende Jahr Zeit kriegen, um dann das zu schaffen, was bisher den bisherigen HSV-Trainern seit dem Abstieg nicht gelungen ist. Und die Frage ist halt, ist er dafür der richtige Mann? Ja, ich finde es aber auch richtig, ist mein Steffen Baumgart da nicht. Also niemand gibt Halbjahresverträge. Nein. Das ist ein Thema, aber es ist auch aus verschiedenen Gründen richtig, weil ich finde, das darf man auch immer festhalten, der HSV als Zweitligist hat sich vielleicht dem begehrtesten deutschen Trainer, der realistisch verfügbar auf dem Markt ist, gekrallt, oder? Also ich würde Hansi Flick, Jürgen Klopp nicht als realistisch verfügbar bezeichnen aktuell. Nicht für den HSV. Ja, das auf gar keinen Fall. Aber ich finde, dass der HSV, ich finde schon, das kann man durchaus als Kuh bezeichnen für die Hamburger. Also wenn ich jetzt so auf die Bundesliga schaue und auf Mannschaften, die dort unterwegs sind, wo vielleicht was aufgehen könnte, wo ein Trainer Thema werden könnte, ich glaube, fast alle hätten da zumindest mal auf Steffen Baumgart geschaut. Das wäre ein Name gewesen, der auch sicherlich sofort in der Bundesliga hätte unterkommen können. Aber was ja auch nicht neu ist, ist, dass Steffen Baumgart jemand ist, der, glaube ich, Bock auf ein Projekt haben muss und der tatsächlich ein Trainer ist, der noch zu denjenigen gehört, die du mit sowas wie Tradition, Glanz eines Vereins, Größe eines Vereins locken kannst. 100 Prozent. Also hat er auch, glaube ich, selber vor Jahren schon gesagt, dass der HSV so ein bisschen der Verein seiner Kindheit gewesen ist, dass da eben mehr auf Leute wie, ich glaube, so Rubäsch und so geschaut hat und die eben sehr, sehr toll fand, dass der HSV noch glorreichere Zeiten hatte. Und ich glaube, das hat einen Pultfaktor, der beim Trainer wie Baumgart immer noch funktioniert. Ja, würde ich auch unterschreiben. Und ich finde es geil, dass er sagt, das ist für mich attraktiver, als, keine Ahnung, in VfL Wolfsburg zu übernehmen in der Bundesliga nochmal. Dass er sagt, das ist das, was ich machen will. Jetzt hast du noch die Frage gestellt, ist er der Richtige? Also ich habe schon angerissen, er ist natürlich schon mal aufgestiegen mit einer Mannschaft, die viel weniger dafür gebaut war und hat das Ganze auf den letzten Metern klargemacht. Also auch von der, also ich meine, er ist ja am 31. Spieltag, glaube ich, das erste Mal mit Paderborn auf den Aufstiegsplatz gesprungen. Also durchaus auch eine Timeline, mit der der HSV auch leben könnte. Und er ist ja sogar doppelt aufgestiegen. Also Paderborn war ja sogar ein, man vergisst es komplett, das war ja ein Durchmarsch aus der dritten Liga in die Bundesliga, dann auch schnell wieder runter. Aber trotzdem, es war, also nicht nur der Aufstieg in die Bundesliga war eine krasse Leistung, sondern auch eigentlich schon davor das. Also mit Paderborn wirklich sehr erfolgreich gewesen. Und jetzt sind, glaube ich, ja noch so elf, zwölf Spiele zu gehen in der zweiten Liga. Ja, 22. Spieltag. Dann noch zwölf Spiele. Und vor allem werden dann jetzt eben die ersten Wochen relevant. Hat, glaube ich, zwei, also auf dem Papier zumindest, dankbare Spiele zum Start. Ich glaube, es ist ein Heimspiel gegen Elversberg und dann noch ein Heimspiel gegen eine relativ tabellenschwache Mannschaft. Ich habe mir gerade nach HSV Spielplan und ich konnte das eigentlich eben noch aus dem FF Osnabrück. Ich auch. Genau. Und das ist schon mal, glaube ich, ein guter Start, wo man ein bisschen Anlauf nehmen kann, um vielleicht in eine Serie reinzukommen. Das ist ein Thema. Ich habe mal geschaut, wie waren die ersten zehn Ligaspiele von Steffen Baum bei seinen beiden vorigen Vereinen. Bei Paderborn ist er reingestartet, war natürlich dritte Liga, mit sieben Siegen und drei Unentschieden aus den ersten zehn Spielen. Beim FC in der Bundesliga drei Siege, vier Unentschieden, drei Pleiten. Was auch total in Ordnung ist, gemessen an Kölner Verhältnissen. Hatte er bei Paderborn im Sommer übernommen? Nee. Ja, also mitten in der Saison. Also er hat später in der Saison übernommen und ist dann im Folgejahr eben in seiner ersten vollen Saison aufgestiegen mit denen. Und ich glaube auch, dass Steffen Baumgart eigentlich ein Typ ist, dem ich absolut direkten Impact zutraue. Ich auch. Also es würde der HSV, das muss man festhalten an dieser Stelle, ist, weil die zweite Liga auch gut wild ist in diesem Jahr, Tabellendritter. Ja, sie haben, glaube ich, vier Punkte Rücksicht auf Tabellenplatz zwei. Also das ist ein Meter. Aber man gibt Steffen Baumgart eine Mannschaft in einer Position, die absolut realistische Chancen hat, um den Aufstieg mitzuspielen. Das kann man schon so festhalten. Und während natürlich die Mannschaft, die von Tim Walter jetzt über Jahre gebaut und ja auch für ihn designt worden ist, fußballerisch einen ganz anderen Ansatz gepflegt, als den ich von Steffen Baumgart erleben wird oder erwarten kann, finde ich trotzdem, dass der Kader gar nicht so schlecht zu Baumgart passt. Finde ich tatsächlich auch nicht. Und ich finde auch, dass der gespielte Fußball dann doch nicht so kilometerweit weg ist, zumindest von dem Fußball, den wir in Jahr eins unter Steffen Baumgart beim FC gesehen haben, wo Köln, also gemessen daran, dass es einfach eine unterdurchschnittliche Bundesligamannschaft war, glaube ich, den sechstmeisten Ballbesitz in der Liga hatte, sehr, sehr intensiv hoch angelaufen ist. Ich glaube, man vergisst schon wieder, dass das eine der größten Pressingmonster waren, die die Bundesliga gesehen hat. Das erste Jahr Köln unter Baumgart war komplett wild. Die Art und Weise, wie die gespielt haben, wie die teilweise, ich weiß noch, die haben ein Spiel, glaube ich, in Dortmund gehabt, wo die einfach die balldominante Mannschaft gewesen sind. Also, das war wirklich Wahnsinn. Und, ja, ich glaube, Hamburg aktuell ist bei Passes per Defensive Action, also bei der Pressingintensität, auf Platz drei der zweiten Liga, das ist, glaube ich, was gut zu Baumgart passt. Und Baumgart, sagt man ja, sehr flankenlastige Spiele, das stimmt natürlich auch. Aber auch der HSV in der aktuellen Saison spielt die drittmeisten oder schlägt die drittmeisten Flanken in der zweiten Bundesliga. Also, auch das ist gar nicht so weit weg von dem, was man auch von Baumgart erwarten könnte. Deswegen, ich finde auch, wie du sagst, der Fit ist nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt. Und man hat natürlich, wenn man so an klassische Baumgart-Spielertypen denkt, Bobby Glatzel, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, als Zentralgestirn da vorne drin, wie man es von ihm kennt. die Flügelposition, da dürfte es interessant werden, da weiß ich nicht, ob, da setzt ja Baumgart gerne auf geradlinige athletische Spieler, die ja nicht unbedingt sich im 1 gegen 1 vertändeln, sondern eher den Ball in die Mitte bringen. Davon hat der HSV welche, das sind aber nicht unbedingt die, die in dieser Saison gesetzt waren bis jetzt. Ne, also Jean-Luc Dompey zum Beispiel ist ja eher ein Typ Dribbler. No Oversteiger. No Oversteiger. No Oversteiger, please. Da würde ich fast sagen, gemessen an der Saison ist er trotzdem wahrscheinlich zu gut und zu wichtig. Er hat ja gerade am Wochenende wieder richtig geballt. Als dass man ihn, glaube ich, da rausrotiert, das sehe ich nicht, aber ich glaube eben schon, dass eine Tür aufgeht, vielleicht, das ist ja immer so beim Trainerwechsel, für Spieler, die jetzt so ein bisschen außen vor gewesen sind und einer, der ich mir vorstellen könnte, der jetzt vielleicht unter Baumgart nochmal ein Revival erlebt, ist Königsdörfer. Ja. Hatte ich auch, als ich den Kader durchgegangen bin, als einen der Namen, wo ich gedacht habe, muss man drauf gucken. Auch, weil er halt verschiedene Aspekte mitbringt. Also erstmal eine gewisse Gradlinigkeit und aber auch eine Torgefahr. Das sieht Baumgart ja auch ganz gerne und ich könnte es mir auch vorstellen, ich glaube, dass auch Königsdörfer vielleicht jemand ist, der von einem Trainer wie Baumgart sehr profitieren könnte. Von klaren Ansagen, klaren Forderungen und einer relativ simplen Idee. Ich habe, er hat gerade ein Feed gelesen, auf Englisch war, ich weiß nicht, ob es darum ging, weil Königsdörfer vielleicht bei der ghanaiischen Nationalmannschaft unterwegs war. Könnte sein, ja. Wo er geschrieben hat, man, Königsdörfer has the arrogance of Mbappé and the ability of Salamacus. Fand ich sehr, sehr gut. Aber ich meine, das ist ja sogar von der Ability gar nicht so verkehrt. Nee, nee, also das ist eine Ability, die man in der zweiten Liga auf jeden Fall nehmen würde. Finde ich auch, ja. Aber nee, von daher könnte das passen, vielleicht ist Baumgart jemand, der dann so jemanden auch gut zu greifen kriegt, hat ja jetzt auch gerade lesen können, dass Königsdörfer eigentlich längst vom HSV weg wollte, gerade schon letzten Sommer und dann irgendwie dann so ein bisschen widerwillen auch bleiben musste. Aber sein erstes Jahr, also dafür, dass er aus Dresden kam, junger Spieler war, acht Tore in der zweiten Bundesliga, ist nicht so schlecht gewesen. Ist nicht so schlecht gewesen. Da haben wir auch mit Krögi und Papa drüber gesprochen. Das war so eine Saison, die so ein bisschen vergleichbar ist wahrscheinlich mit Ansgar Knauf bei Frankfurt gerade. Der steht auch bei sieben Saisontor und trotzdem gucken alle drauf und sagen, bah, irgendwie ist das keine tolle Saison von ihm. Ein bisschen Parallelen sehe ich da. Das zeigt auch, dass es eben um mehr geht am Ende, als das reine Tore schießen, aber das zeigt schon mal, dass Potenzial da ist. Und die Frage ist ja, wie ordnet Baumgart diese Mannschaft an? Also das war ja auch Jahr 1 Köln, war ja das 4-1-3-2 Jahr. Da hast du natürlich einen LS Kiri gehabt, der in der Lage war, diesen Laden vor der Abwehr quasi im Alleingang dicht zu machen. Die Frage ist, hat der HSV einen Spieler, der das auch könnte oder kann? Gibt es denjenigen? Weil dann könnte ich mir auch eine Doppelspitze vorstellen, eine Doppelspitze Glatzl-Königsdörfer. Königsdörfer auch jemand, der dann eher mehr für Tiefenläufe ist, mehr für Bedrohungen hinter der Kette da ist und Glatzl als mitspielender Stürmer, der Bälle festmacht, ablegt, ist eine Dynamik, die ich mir zumindest auf dem Papier auch ganz gut vorstellen könnte. Ja, es wird auf jeden Fall spannend sein, wenn wir eine Sache gesehen haben von Steffen Baumgart, ist, dass seine Mannschaften mit vollem Einsatz agieren, sich komplett reinhauen, sich wirklich zerreißen für Trikot und Trainer und ich glaube, dass in der Phase der Saison, in der wir uns befinden, in der Tabellensituation, in der der HSV sich befindet, kann das reichen für einen Aufstieg? So dumm es klingt, das kann reichen. Ja und ich glaube genau jetzt, die Konstellation ist super leicht, glaube ich, für einen Trainer, eine Mannschaft jetzt nochmal anzuziehen. Das ist genau ein guter Zeithorizont, auf dem du das machen kannst. Du hast ja recht gehabt damit, dass wenn eine Baumgart-Mannschaft stürzt, dann stürzt sie richtig, dann geht das wirklich so, dann verglüht sie, geht richtig schnell runter und drastisch, aber genauso, glaube ich, schnell kann eben der Aufstieg sein, innerhalb einer kurzen Zeit und das erwarte ich jetzt eben auch, dass der HSV unter Baumgart erstmal nochmal einen Energieschub kriegt, nochmal ein neuer Elan, neue Dynamik in diese Mannschaft reinkommt, das sich erstmal positiv auswirkt und mein Gefühl, mein Bauchgefühl ist, dass Baumgart das hinkriegt. Auch einfach, weil es zu gut von der Story her passen würde. Man muss auch sagen, er ist ja ein bisschen dadurch, dass er ja auch ein Meme-Trainer ist, ein bisschen zu einem Meme verkommen, aber teilweise werden Sachen auch überspitzt dargestellt, nach dem Motto, wenn im Spieler auch nur ein, im Kader einfach nur ein Spieler ist, der nicht Deutsch-Muttersprachler ist, dass Steffen Baumgart mit dieser Mannschaft nicht mehr arbeiten kann. Da hätte er ein Problem beim HSV. Ja, beim HSV hätte er ein Problem, aber es gab ja auch in den Mannschaften, die er vorher trainiert hat, Spieler, die nicht Muttersprachler gewesen sind oder keine Deutschsprachen. 100 Prozent. Deswegen, ich glaube nicht, dass das am Ende im Weg stehen wird bei der Frage, ob Steffen Baumgart beim HSV Erfolg hat oder nicht. Und ich glaube, dass ja auch, also ich weiß nicht, wie Steffen Baumgart die ganze Thematik sieht, aber ich meine, auch er könnte ja vielleicht daraus gelernt haben, dass es vielleicht doch ein Nachteil war bei Köln und einfach bereit sein zu sagen, jo, Dolmetscher und dann kriegen wir da schon irgendwie hin und gut ist. Das kann man sich schon vorstellen. Die finale Frage, die wir uns stellen müssen oder die ich hier stellen möchte, ist Butter bei die Fische. Steigt der HSV jetzt auf diese Saison mit Steffen Baumgart? Das habe ich ja schon, also glaube ich, in meiner Saisonprognose zum Start gesagt, dass der HSV hochgeht nach dem Trainerwechsel. Ich habe es bei Ed Broski nochmal wiederholt, dass Tim Walter gehen wird, Baumgart kommt und sie dann mit ihm aufsteigen und dabei werde ich bleiben. Ich glaube, Steffen Baumgart führt den HSV in die Bundesliga und das ist auch eine Story, für die ich absolut bereit bin. We back, baby! Du musst auch antworten. Ich habe gestern mit Mia drüber geredet und meine Begrüßung an sie war, jetzt steigt ihr auf. Also ich schließe mich da auch an. Wir beide glauben also, der HSV wird in die Bundesliga zurückkehren mit dem neuen Trainer Steffen Baumgart. Eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn ihr schon da seid, abonniert diesen Kanal. Das war es für heute. Macht's gut! Das war es für heute.